was hast du gemacht krass für das tierchen das muss bestimmt noch wachsen oder ist das fertig ach mit wasser meinst du musst dann hier immer wieder nachfüllen und wir müssen auch noch mal ein zweites bauen von den ding an hier wenn es tag ist mich hängt das mal eben schnell die kisten ich hoffe das war so richtig das wäre gut so gute nacht es gibt auch ein dodo moment ich muss ich muss erst essen ich bin gleich am verhungern da liegt allerdings drauf ganz ruhig essen gandalf das war gandalf gewesen da hängt auch gandalf der tote so dass man mal weg aber was läuft als gegenberg ich komme hat er davon als als visierung hat eine gabel dran ich glaube ich spinne ja das habe ich ja wo wo denn wo denn auch hoffentlich läuft ich bleib mal lieber hier hin sie läuft zieglein warte auf mich komme ziege bleibst du jetzt stehen nein kriege ich das wieder keine ahnung ne das kriegt man nicht wieder leider wo ist das ist weg schade ist weg und für dieses netz brauchen wir immer wieder explosions ding ja boah gott eine explosion liebes pulver vier stein und vier seite na prima für so ein kack seil tja das hat wohl nicht so geklappt die blöde ziege naja kriegt man schon noch irgendwann schon tierchen schade ich hätte echt gedacht dass man das teil dann wieder aufheben kann aber naja gut wollen wir weiter wir können dann weiter ja 41 tage müssen überlebt pf hier ist keine zweite entweder ok alles krass ist gewachsen bisschen ja fest nächstes tierchen dann so dann lass uns mal ein bisschen das zeug machen hier ist auch noch heil fleisch drin so wir kochen ich hab's auch noch mal getroffen hast du die federn eigentlich noch die brauche ich unbedingt für die fed für die feile dafür braucht man feder und leider aber warte mal steinfeile kann ich auch ohne feder machen und die metall mit die metall feile mit federn naja weiter oben auf jeden fall wenn wir zu nah dran sind dann haut die nämlich auch wieder ab einmal kann ich mir auf jeden fall herstellen da sind die blöden federn ja auch weg es gibt wieder bald möbi fleisch packe ich wünsche immerhin ja 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 gleich schenklige schenkle mache ich jetzt ein gedicht war schon die nächste insel ach das ist sie die ich gesehen habe ich habe gedacht das wäre eine alte ja moin ja das gras wächst schön guck mal cool mit auch grasen da liegt eine flasche voll wasser oh das meine habe ich die getroppt ja ich habe schon wieder geschafft meine flaschen zu droppen ach man wir müssen rüber alles ist die insel das ist keine große haupt insel das ist die das ist die zweite selten ach so ach interessant interessant wollen wir da gleich drauf ähm machen wir jetzt gleich genau in der nächsten aufnahme bis dann leute bis dann Bis zum nächsten Mal.